blp 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 ach leck mich doch ah gerne War ich jetzt eigentlich im Pokemon Center? jogall Du würdest seinen Kopf vergessen wenn er nicht fest wäre oder? Nein Schade Das hab ich schon getästet Hahaha Okay, auf zu Meike, dann machen wir uns mal kalt die Olle Biatch. Waaaaaah, Bitches Killer! Nehmen Schuss. To let this fuckers burn. B inflordr... Das ist so hässlich. Ich habe gar ein dicker Wal. Warum hast du das nicht getötet? Weil dann langsam zu blöd wird. Ja ich speichere von Meike, jaaaah! Hast du Angst zu verkacken? Ja. Ich bin schon wieder fast eine Stunde. Wir haben doch bei 1.18 aufgehört, oder? Wir haben bei 1.18 nicht aufgehört, aber ich habe ja zwischendurch das Ding einfach weiterlaufen lassen. Wird zu doof, aber sagst trotzdem meine Eide. Das ist so geil. Du bist mein Held. Da ist die Bitch! Mach sie fertig! Oh ja, komm kleiner Kampf, losficken. Ha! Wozu das her? Angeln! Stylisch! Reptine! Da müsstest du ein Problem mitkriegen. Ja, krass. Dafür habe ich ja den Sprudel. Nein. Ich hätte den Pudersand geben sollen. Ähm... Und jetzt kann ich schon wieder absaubern und das Dreckling ist voll! Okay! Haha! Was für ein Schiss! Das ist nice! Ah, fast aber. Okay! Kann ich das nicht im Kampf machen? Nein. Pudersand! Zurück! Okay! Äh... Da kommst du generell... Der fickt dich! Der fickt mich nicht! So viel Sprudel hast du nicht dabei! Oh! Sechs Stück Röhrchen! Nö! Ja! Doch! Hm... Jetzt... Wow! Der Absorber hat 20 AP! Dann bleibt doch nur die Guthalte Ticke! Okay! Wow! Wie mache ich das denn? Ja, dafür habe ich ja immer andere hoch trainiert! So, ein Flug-Pokémon! Ne! Ich habe jetzt keine Bock, um irgendwo einen Scholl-Bibini zu fangen und dort zu trainieren oder so! Also... Na sieh so! Du darfst wenigstens schon mal vor jemanden! Das ist voll unfair, Mann! Dass die dumme Schlampe immer genau das hat, wogegen ich schwach bin, ey! Ja! 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 Ein Sprudel noch! Und danach nur Kacken! Volltreffer und ich bin weg, bloß! Woa... D-dum-d-dum-d-dum-d-dum-d-dum-d-dum-d-dum-d-dum-d-dum... Ich haffe dieses Blümeln! Was war das denn? Wo macht denn jetzt... Weil er dachte, er hätte mich daran... Okay, ficken, man sieht sich wieder, sobald ich ein Pokémon das hoch genug hab, tschüss.